An die Kreisauerhunde O der Dorfhunde, kleingeschickte Schar, Schummelschwänze, Stummelbeine, Zähe Schnauzen am Zaun. Euch gehört die Straße, der Staub am Asphaltsaum, Euch die wiederhallende Nacht im schlafenden Tal. Jedes Echo gehört Euch. Der zuckende Rückstoß von Klang an den Hügeln, hierarchisches Knurren und Bellen in Wellen. Heraklisch erst, dann Hühnenhaft, im Abklang fast nur ein Hühnchen, das weiß, Wer hier nicht Laut und Geifer gibt, den greift sich die Meute. In Lauffeuerkehlen verliert sich der Ort. So, Mordio, etc. vermißt ihr die Welt in der Senke, Beherrscht jeden Weg, jeden Fremden und mich. Euch gehört meine Fährte, mein tapferes Stapfen, Euch meine Waden, Dorf auswärts zuletzt. An die Kreisauerhunde Die Internetrecherche ergibt, die Autorin war Stipendiatin in Kreisau, ein Dorf an der polnisch-tschechischen Grenze. Mit den Hunden dort verbindet sie offenbar eine eher unangenehme Erfahrung, so wie es andernorts der Reisende aus Schuberts Winterreise erlebt hat. Die bellenden Hunde vermitteln einem das Gefühl, fremd zu sein, nicht willkommen auf der Straße, auf der man das Dorf durchquert. Oh, der Dorfhunde, kleingeschickte Scharr, Schummelschwänze, Stummelbeine, zähe Schnauzen am Zaun. Au und Sch dominiert den Klang, um den es vielmehr geht als um Bedeutungen. Was sollten auch Schummelschwänze mehr sein als ein Assoziationsspiel? Oder geschummelte Schwänze? Erst die zähen Schnauzen am Zaun, die sich nicht abwimmeln lassen, ergeben ein klareres Bild der Dorfhunde, wie sie vom Zaun aus auf einen einkläffen. Euch gehört die Straße, der Staub am Asphaltsaum, euch die wiederhallende Nacht im schlafenden Tal. Das Gebell ist Ausdruck von Besitznahme nicht nur der Umgebung, dem schlafenden Tal, sondern auch von Zeit und Raum der Nacht. Jedes Echo gehört euch. Der zuckende Rückstoß von Klang an den Hügeln, hierarchisches Knurren und Bellen in Wellen. Die syntaktischen Zusammenhänge bleiben unklar und sorgen für Mehrdeutigkeit. Klang an den Hügeln oder an den Hügeln hierarchisches Knurren. Hierarchisch ist das Knurren wohl, indem es den Raum beherrscht, aber auch, indem man Hierarchie der Hunde untereinander meint, herauszuhören. Hierarchisch erst, dann hühnenhaft, im Abklang fast nur ein Hühnchen, das weiß. Fast wie vom Weinkenner formuliert, das Bellen im Abklang. Syntaktisch ist es wieder mehrdeutig. Hühnenhaft im Abklang oder im Abklang fast nur ein Hühnchen. Die Autorin zwingt sich in ihrer Lesung zu Klarheit und meint wohl Letzteres. Wer hier nicht laut und Geifer gibt, den greift sich die Meute. Wie klein auch der Hund oder sein Bellen wird, so daß er vom Hühnen über ein Hühnchen zum Hühnchen wird, er weiß, daß er sich kläffend zu beweisen hat. Das Gekläffe setzt sich durch den Ort fort wie ein Lauffeuer aus Kehlen. So, Mordio, etc. vermisst ihr die Welt in der Senke. Ein Wortspiel aus dem redensartlichen Zeter und Mordio, einem Hilfe- und Protestschrei in ein ähnlich klingendes Mordio, etc. Dieses beherrscht jeden Weg, jeden Fremden und mich. Euch gehört meine Fährte, mein tapferes Stapfen, Euch meine Waden, Dorf auswärts zuletzt. Sind da etwa noch freilaufende Hunde? Offenbar wird man tapfer wandernd noch schnupprend belästigt, wenn nicht sogar nach den Waden geschnappt wird. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.